Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fahrradsimulator, wie immer der Frontflip und als Zugabe natürlich der Backflip Superman. Oh Leute, heute gibt es wieder ein richtig geiles Ninja Warrior Germany Level und zwar ist das von DomDom. Hi Paluten, hier ist meine erste Map und ganz ehrlich, sieht geil aus, das sind wieder exakt die Maps, die ich so feier. Äh, was steht da? Paluten, könntest du dich bitte mal umdrehen? Hi Paluten, vielen Dank, dass du dich dazu entschieden hast, meine Map zu spielen. Viel Spaß mit dem Parcours. Dominik aka DomSondom. Ey Brudi, vielen, vielen Dank. Wenn ihr solche Maps bauen könnt, baut gerne weitere Maps, weil die machen einfach viel Spaß. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Jawohl. Sprung, sprung, sprung. Alter. Aua. Hä, wie hätte ich da durchgemusst? Weil der hat mir doch... Ah, ah, ich muss das tiefe... Nee. Wie muss ich da durch? Los, 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 los. Hä, der trifft mich immer am Kopf. Vielleicht mich ducken? Oh, das war... Ja, er hat sich geduckt. Oh, stopp. Okay. Ehe, Junge. Das... Das ist eine fiese Angelegenheit jetzt hier. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Folgen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr nach dieser Folge noch Langeweile habt, gönnt euch die neueste Folge vom Podcast Codbruder. Ich habe nämlich jetzt einen Podcast mit German Let's Play. Yeah! Geiles Ding. Hey, Leute, die zweite Folge vom Codbruder Podcast ist heute Morgen um 8 Uhr online gegangen. Könnt ihr euch kostenlos anhören auf Spotify, Apple Music. Schaut einfach mal auf codbruder.de vorbei. Da sieht man, wo es den überall gibt. Die zweite Folge, oh Mann, die ist ein bisschen eskaliert. Wir haben über Manuel's Toilette geredet. Also, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay. Ich mache mal aus der Ego. Oh, Alter, da hinten geht's ja noch richtig weiter. Seht ihr das? Ein bisschen links, da ist mein Kopf. Also, nicht mein Kopf, aber der Palutenkorb. Das wird jetzt, wenn ich es verkacke, ich werde es verkacken. Wann muss ich springen? Also, im Grunde genommen jetzt. Hopp, hopp. Oh, hopp. Oh, das war gut. Let's go. Und Sprung. Nein. Ja, ich habe es geschafft. Erst mal ein Schluck, erst mal ein Schluckdreck. Mini Paluten, mache ich das gut? Spitzenklasse. Dankeschön. Guck mal, er ist immer guter Unterstützung. War das deutsch? Ich glaube mir nicht. Ich müsste so eine seitliche Perspektive... Oh, ja. Stopp. Warte. Und jetzt hier mitfahren. Oh, Zucker. Zucker. Oh, jetzt ist natürlich... Und los. Geschafft. Aha, die Dinger sind... Die Dinger sind richtig gemein. Vor allen Dingen darf ich nicht zu weit nach hinten. Oh, ja. Oh. 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 Was ist hier? Oh Gott. Ja, ich fühle es halt. Ja, vor allen Dingen, wenn ich da oben bin. Okay, warte mal. Ah. Jawohl. So. Alter, das muss übertrieben knapp sein, gerade mit meinem Kopf. Okay, wann muss ich los? Jetzt. Los. Ja, 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 ja. Als ob. Als ob habt ihr den Boden gesehen? Er hat einfach... Ey, das ist ja geil. Das muss ich mir kurz mal angucken. Das sind Vorschaubilder. Das ist... Ich sehe nicht ganz genau. Ich glaube, das eine ist... Da habe ich so Pakete kontrolliert. Das ist cool. Oh, guck mal. Hier ist auch Pluto Lucky Luke. Da hinten ist auch noch ein Bild. Da ist Evil. Evil, guck mal. Du bist auch da. Das ist ja richtig cool. Also Respekt. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden Arbeit das hier schon wieder waren. Oh, don't jump. Okay. Ich finde das einfach richtig cool. Vor allen Dingen, weil ich diese Level... Die machen mir einfach auch am meisten... Am meisten sterben. Spaß. Ich meine, ich bret da auch gerne mal einen Berg runter. Äh... Hopp. Aber... Oh. Er legt sich einfach nur hin. Jetzt... Oh. Okay. Ich habe bis dato es auch geschafft. Wahrscheinlich jinx ich das jetzt. Dass ich noch kein einziges Mal aus Versehen gespeichert habe. Das ist... Stopp. Auch nicht schlecht. Aber wahrscheinlich, weil... Also ich finde das hier... Aua. Ist schon ziemlich schwer. Vor allen Dingen ist es... Warte mal. Ich mache mal... Also das hier schaffe ich ja die ganze Zeit super easy. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann ich auch hier einen kleinen Speicherpunkt setzen. Also hier. Weil da müssen wir nicht jedes Mal hier wieder hinfahren. Das vielleicht auch an alle Leute, die Level bauen. Spart... Autsch. Spart nicht mit den Checkpoints. Aua. So. Vielleicht muss man wirklich... Ja. Ich glaube aber, bremsen ist nicht schlecht. So. Und dann der Sprung. Es tut mir leid. Ich bin auch ein bisschen... Ich habe letzte Nacht nicht so viele Stunden geschlafen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so leicht... Kennt ihr diesen... Wenn man zu wenig geschlafen hat, man ist müde. Dass man leicht brain... Also dass das... Aua. Gehirn nicht so richtig da ist. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen... Poledobody ist oftmals das Gehirn nicht richtig da. Leider. Ich weiß. Zerbar. Hey. Das... Das... Das macht mich verrückt. Jetzt aber. Schau hoch. Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Hä? Das geht doch gar nicht. Ich muss mal kurz... Ich mache mal kurz hier einen kleinen. Aber... Ah. Ah. Doch. Okay. 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 Ja. Ja. Okay. Und jetzt? Das ist doch super nah an mir dran. Ah. Obwohl es geht. Es geht. Es geht. Man braucht nur den richtigen Schabungen. Müssen... Ja. So viel dazu zum richtigen... Ja. Okay. Und jetzt? Hoppa. Jawoll. Let's go. So. Jetzt gehe ich mal schön in die Ego. Uh. Okay. Okay. Und... Nee. Oh. Oh. Jetzt. Das schaffe ich nicht. Mann. Aber da muss ich doch eigentlich mit so... Schon mit Geschwindigkeit. Aua. Man braucht vielleicht einfach... Aua. Ich darf... Ich muss hier... Hier muss ich Geschwindigkeit... mitnehmen. Und einfach hoffen... Jawohl. Aua. Dass ich nicht getroffen werde. Warte mal. Dann gehe ich doch mal in die. Jawohl. Okay. Jetzt muss ich hier... Bleiben. 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 Mann. Wenn die Kamera sich hier... ein bisschen drehen würde. Ja. Ja. Wie... Wie erwarnungsvoll ich dann auch immer bin. So. Bitte. Jetzt. Ja. 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 Oh. Oh ja. Oh ja. Ja. Äh. Ja. 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 Hier. Ja. Oh. Aua. Komm. Einfach fahren. Einfach fahren. Sehr nice. Guck mal. Da bin ich. Seht ihr das? Auf der rechten Seite. Zack, Alter. Da ist Paletto. Ja. Das ist cool. Dominik. Wirklich fette Grüße gehen raus an dich. Ach. Guck mal, Alter. Pluto Lagi. Der holt ganz gut auf. So. Jetzt hier einen kleinen Looping. Und alle. Hopp. Dann kurz hier vorbei. Sehr nice. Oh. Hier in der Mitte. Ja. Nochmal kurz hier vor... Oh ja. Hopp. 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 Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Perspektive die beste dafür ist. Weil spätestens... Hier verliere ich immer... Ja, ja, ja. Jetzt aber. Jetzt. Jawohl. So, komm. Warte, Paletto. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Guck mal hier locker. So. Oh. Ich dachte, da fehlt mir die Geschwindigkeit. Oh ja. Ja, das ist sowas von Ego-Perspektive. Hier falle ich nicht durch, ne? Nee. Oh, guck mal da. Oh, nee. Sprung. Oh. 30. Slow down. Ach so. Okay. Ja, kein Problem. Ich slow down. Ja, ja. Okay, 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 okay. Nee, aber hier muss ich doch wieder... Und fahr, 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 fahr. Da bin ich und das, Edgar. Ah, das ist... Das ist cool. Das macht wirklich Spaß. Und... Alle hopp. Geil. Oh, oh. Äh. Ach so, ich muss da... Nee. Der schießt mich da auch zur Seite. Ja, warte. Du schießt jetzt gleich, ne? Aber wann schießt der hier? Das war so klein. Lass mich jetzt aber vor... Ah! Mann! Bitte! Abbel! Jetzt. Ja. Okay. Da ist der Ball. Und ich fahr. Okay. Okay. Kein Problem. Sprung. Okay, geil. Auf diesen Ball... Ja, 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 ja. Bitte. Lass mich auf den... Lass mich doch auf den Ball! Ja, ja, ja. Nein. Okay. Bitte, bitte, bitte. Lass mich auf den Ball. Bitte auf den Ball! Mann! Ja, das war diesmal gut. Nein. Okay. Ich hab wirklich... Ah. Außer... Punkt gesetzt. Der... Oh, nein. Oh, nein. Der richtig... Oh, Gott. Der kann richtig böse enden. Ja. Ich muss halt hier richtig krass springen, ne? Sonst hab ich hier gleich einen GG. GG. Ja. Huh. Okay. Ich mach jetzt hier. Wann springt ihr raus? Jetzt? Jawohl. Ab rein da! Und der Sprung! Was? Ich hab den Sprung... Hä? Aber ich war doch... Alter, was war das denn? Ich war doch echt schnell. Jetzt? Huh. Ja! Jawohl! Da haben wir's geschafft. Let's go! Okay, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde vom Fahrradsimulator. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt oder einen kleinen Evil, schaut auf paluten.shop. Falls ihr euch den neuen Codbruder-Podcast reinziehen wollt, codbruder.de oder Cod... äh... Wow. Guckt bei Spotify, Apple Music nach Codbruder. Da findet ihr's. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt alle noch einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao! Ciao!